Jedes Jahr darf ich ungefähr 3000 Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden. Bei jedem und jeder zeichne ich dann mit dem heiligen Krisamöl ein Kreuz auf die Stirn und sage, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Manchmal fragen die Jugendlichen mich im Vorfeld, was ist das denn überhaupt, besiegeln? Und dann sage ich schon mal, ach, das ist so was ähnliches wie laminieren. Und ich benutze einen Vergleich. Stell dir vor, du hast eine Katze und die ist seit Tagen verschwunden. Du liebst sie und hast Angst, dass sie vielleicht verunglückt wäre und um rauszukriegen, was passiert ist, hängst du Zettel rund um dein Haus an die Bäume. Darauf ist ein Foto der Katze, da steht Mimi ist weg, Belohnung 50 Euro und deine Handynummer. Doof, dass es kurz nachdem du die Zettel aufgehängt hast, regnet. Die Zettel sind in einer halben Stunde verwischt, keiner kann sie lesen. Also schiebst du den Zettel durch eine Laminiermaschine. Jetzt ist der Zettel oben und unten mit Plastik geschützt und es kann regnen, so viel es will. Da kommt nichts mehr dran. Und was ähnliches passiert bei der Firmung. Gott merkt schon, dass unser Glaube noch wackelig ist und gefährdet. Und darum schützt er diesen Glauben, er laminiert ihn durch den Heiligen Geist. Die entscheidende Frage ist jetzt, welche Glaubenserfahrung, welche Beziehung zu Jesus haben denn die Jugendlichen, die bei der Firmung besiegelt wird? Wie kann vor der Firmung eine Beziehung zu Christus neu aufgebaut oder vertieft werden? Um diese und ähnliche Fragen ging es gestern und vorgestern in Altenberg. Da trafen sich die Verantwortlichen für die Firmenvorbereitung mit den Mitarbeiterinnen der katholischen Jugendagentur und uns Weihbischöfen. Gemeinsam haben wir uns gefragt, wie muss eine Firmvorbereitung aussehen, damit zwischen Jugendlichen und Christus eine Beziehung entsteht? Wie werden Katechetinnen zu Zeugen der Auferstehung? Was muss in der Vorbereitungszeit passieren, damit die Jugendlichen nach der Firmung sagen, wir kommen wieder, wir machen jetzt mit? Mich haben diese beiden Tage sehr ermutigt, denn ich habe viele engagierte Christen getroffen, die dafür brennen, die Jugendlichen mit ihrem Glauben anzustecken. Im Nachtgebet heute bete ich für alle Jugendlichen, die sich in diesen Wochen auf die Firmung vorbereiten und für alle, die sie begleiten. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, Dein Weihbischof Ansgar.